Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, zur fünften und finalen Episode von Indiana Jones and the Last Crusade. Wir sind angekommen an der heiligen Stätte, wo der heilige Gral liegt. Und Markus und Henry, unser Wörter, sind hier fleißig am Labern. Und Henry ist nicht mehr hinter uns her, wir sind wieder alleine. Hey, you two, every moment counts. Und wir gehen los. Oh, die Szene ist bekannt, wo der Kopf aus der Höhle rausrollt. Yep, this is the place. Die Nazis sind schon da. Weil sie ja die Informationen aus dem Gral-Tagebuch haben. Das ist der Seal. Und da sind sie auch schon. Donovan und Dr. Schneider. Ah, Indiana Jones, you're just in time. It seems I have run out of volume tears. Donovan, Donovan, Donovan. There is nothing, absolutely nothing, that could convince me to get the Gral for your purposes. Der lässt, der lässt überhaupt nichts anbrennen. Er schießt sofort in den Henry. I thought you'd see it my way. The only thing that can save your father now is the healing power of the Grail. I suggest you hurry, Dr. Jones. Julia, remember my diary, the three trials. Hang on, Dad. I'll be back as fast as I can. Only the penitent man will pass. The penitent, the penitent. Ja. Only the penitent man will pass. Penitent. Im Originalspiel konnte man jetzt nicht mehr speichern. Ich versuche es jetzt erstmal nicht. Also ich weiß ja, dass man sich hier ducken muss. Aber anscheinend bin ich tot. Ja. Okay. Äh. Be back in a jiffy. Okay, das heißt, man muss es irgendwie anders machen. Also wenn man sich nicht einfach, wenn er sich nicht automatisch duckt. Äh. Was kann ich denn hier noch machen? Ich weiß. Also ich weiß, dass ich mich ducken muss. Aber wie duckt er sich? Aha. Warum ist das zensiert? Warum kann er sich nicht einfach ducken? Also warum, warum, wenn, wenn er es schon automatisch machen muss. Vielleicht muss ich hingehen und wieder zurück. Ne, er schafft es nicht. Ja, ja, ist mir klar, dass es jetzt, dass ich jetzt wieder gestorben bin. Aber wie schaffe ich es nicht zu sterben? Kann ich hier vorne irgendwas tun? Irgendwas mit der Whip? Ich mein, der What-Is-Befehl zeigt mir ja gar nichts an. Nichts. Mal gucken, kann ich speichern? Ja, ich kann anscheinend speichern. Dann mache ich es. Ja, er sagt ja oben Neil. Und er macht es aber nicht. Er macht es nicht. So. Natürlich musste ich mir wieder die Lösung raussuchen. Es war ja nicht anders zu erwarten. Und man muss anscheinend auf diesen, diesen Knopf hier, auf diesen Punkt hier klicken. Dieser, dieser, dieser Punkt ist mit dem What-Is-Befehl nicht zu sehen. Ja, man muss da genau draufdrücken. Das ist sowas von beknackt. Ja, I'm through. Wie schön. So, Jehova. Nein, du sollst nicht runterfallen. Hä? Hä? Ich hab doch eindeutig auf B gedrückt. Ja, ja. Das sieht so aus, als würde es sein Hutze sägen. Okay, neuer Speicherpunkt. Jetzt. Na ja, das B ist hier drüben. Aber da kommt er nicht hin. Das ist alles irgendwie, doch irgendwie wieder ein bisschen zu viel um die Ecke denken. Ein bisschen zu viel anders machen. Also, Jeho, das krieg ich hin, aber das B krieg ich nicht hin. Wie? 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 Wieso hat der andere, dieser andere, dieses andere Teil jetzt funktioniert? Wieso hat das hier funktioniert? Nee, das schafft er nicht. Er schafft keine, er kann nicht über zwei Teils auf einmal drüber springen. Toll, dass man das jetzt alles hier mit Trial and Error machen muss. Was ist denn, wenn ich von hier nach A springe? Warum? Das heißt, ich muss das nicht mal in der Reihenfolge machen. Ich kann immer die einzelnen Buchstaben dieses, äh... Oh Gott, ich muss nur die Buchstaben, also auf die Buchstaben springen. Und dann, 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 dann... Hm. Ja, okay, jetzt komme ich nicht mehr weiter hier. Mhm. Also, hier gibt es noch das E. Aber das ist dann, dann ist Schluss. Okay, ich muss wieder zurück. Und oben lang gehen. Hm. Okay, und das ist jetzt diese berühmte Stelle mit den... Mit der unsichtbaren Brücke. Ja, dann geh einfach mal. Warum gehst du nicht? Ähm, jetzt ist, jetzt ist er sogar... Die Verben sind weg. Das heißt, ich muss ganz genau auf den verdammten Punkt drücken, auf den man gehen kann. Ja, wenn ich das mal finde. Ja, wie klein ist denn dieser Punkt? Wenn er so klein ist wie beim ersten Rätsel, dann wird das ganz schön schwierig. Er hat was gefunden. Ja, und ist gefallen. Aber wenigstens ist er... Wenigstens hat er mal was gemacht. Ah, man muss einfach nur auf die andere Seite drücken. Okay. Ja, dann probieren wir halt jeden verdammten... Jeden verdammten Mist hier aus. Ich weiß ja nicht, wo es... Wo das... Wo das Ding ist. Normalerweise müsste es in der Mitte sein, ne? Ja, dieses Mal hat es gepasst. Nimmt er jetzt auch den Sand und wirft ihn zurück. Nein, er nimmt natürlich keinen Sand in die Hand. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind im Gralraum. Da ist das Wasser, aus dem wir gleich trinken werden, nehme ich mal an. Wo ist der Ritter? Da ist der Ritter. I knew you would come. Wer sind Sie? I am the last of three brothers who swore an oath to find the Grail. That was 700 years ago. You are strangely dressed for a knight. Me, I'm no knight. What do you mean? It is no matter. You proved your worthiness by passing the trials. The honor of guarding the Grail is yours. But you don't understand. My father is wounded here in the temple. I've got to find the Grail or he'll die. Very well. I'll see that your intentions are pure. Choose. So, jetzt muss ich den richtigen Grail aussuchen. Und das muss ich sogar machen, bevor die tolle Szene... Ah, die Donovans... Wo der Donovan stirbt. Das ist eine der besten Szenen in Indiana Jones. Ja, so richtig schön geile Todes-Special-Effekts. Wo Leute mal eben 100 Jahre älter werden. Ja, wenn ich mich richtig an den... Wenn ich mich richtig an den... An das Bild erinnere aus Castle Brunewald. Dann müsste es... Entweder der hier sein. Ja, aber wir können auf jeden Fall erstmal kurz ins Grail Diary reinschauen. The Challenges wird... Number three. First the breath of God. Only the penitent man will pass. Ja, das wissen wir doch. Second the word of God. Only na 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 na. Ja, ich will den Grail. Third the path of God. Only in the leap of heaven. Ja, ich weiß. Und jetzt? Okay. Ja, dann muss ich halt einfach probieren. Dann speichere ich jetzt ab. Zack. Und ich nehme... Pick up den hier. Use Grail with water. I'd better make sure this is the right one. Ja, erstmal selber trinken. Und dabei alles verschütten. Oh ja. Stirbt er? Wie nett. Das ist das Tolle. Dass das auch schief gehen kann im Spiel. You choose poly. You chose poly. Ja, ja. Mir schon klar. Load. Zack. Ja, dann nimm mal den. Keine Ahnung. Ich muss es einfach durchprobieren. Na, endlich. Wieso ist es das jetzt auf einmal gewesen? Mann, oh Mann. But what happened to Donovan? And don't say don't ask. He was so eager to follow you. He just lost his head. Haha. Der ist jetzt... Hahaha. An der ersten Falle gestorben. Und Dr. Schneider macht einfach mit. Und Markus fängt auch nicht an sich zu säubern. Der rennt immer noch in seinem völlig verdreckten Anzug hier rum. So, Henry. Ist dein Bart ein bisschen länger geworden. The Grail. You did it, Junior. No, Dad. You did it. I just followed your diary. And the third brother. Still alive. Yes. Even after seven centuries. Then it does grant immortality. All these years. My quest is at an end. But you found it, son. Its destiny is in your hands now. Markus, my old friend. I haven't thanked you yet. Und sie gehen raus. Und das interessiert sie einfach nicht mehr. The Knight. Remember the price of immortality. The Grail cannot pass beyond the great seal. Elsa, no. The Grail must remain here. But Indy, the Grail. It can be ours. You heard the Knight. I cannot pass beyond the seal. It cannot pass beyond the seal. No, I don't believe it. I won't lose it now. Ja. Und sie hat wieder... Ziemlich viel Gier. Und auf einmal... Bäm. Ah. Ich glaube... Nice going, Elsa. Sie ist weg. Können wir nochmal ein bisschen mit dem Knight talken? Ne, wir können auch nicht mehr nach hinten gehen. Naja, das ist dann wohl... Elsa. Aber ich weiß, dass es auch ein anderes alternatives Ende gibt, wo Elsa überlebt. Keine Ahnung, wie man das macht. Jetzt gehen wir erstmal raus. Son, I am proud of you. The quest for the Grail is the quest for the sacred part in each of us. I can see that you found something more than just a prize to be won. And what did you find, Ed? Enlightenment. Die Szene gibt es auch aus dem Film. Let's go, son. Und Markus. Your final scores. 338. Series 363. Not bad. Indiana Jones and the Last Crusade. Designed and scripted by. Und so weiter. Aber ich wusste gar nicht, dass es da auch einen Score gibt am Ende. Musik Catering bei Skywalker Lunch Crew sind die auf der Skywalker Ranch von George Lucas unterwegs gewesen, als sie das Spiel programmiert haben. Ha, Sam & Max, ja. Steve Purcell. Aber gab's das damals schon? Program, na, 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 na. Ja, tatsächlich. On location at Skywalker Ranch. Auf Wiedersehen. Ich glaube, aber dieses Warning ist nur für die Leute, die das echte Originalspiel nicht mit ScumVM spielen. Was soll ich denn hier laden? Kommt hier noch was? Ansonsten mache ich jetzt hier auch Schluss. Naja, ich denke nicht. Dann, Leute, ich danke fürs Zuschauen bei Indiana Jones and the Last Crusade. Es ist ähnlich schwierig gewesen, wie ich es in Erinnerung hatte. Es war kein leichtes Spiel. Es gehört zu den schwierigeren Adventures, finde ich, von Lucasfilm Games. Ganz viele parallele Wege, ganz viele alternative Wege und sehr viel Action und auch Stealth. Das ist eher ungewöhnlich und ist gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem immer noch ein sehr klassischer Adventure. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey, Leute. Kurzer Epilog. Ich möchte euch gerne die beiden alternativen Enden zeigen von Indiana Jones and the Last Crusade. Und die starten jeweils, oder die kann man jeweils bestimmen, wenn man hier den Kral geholt hat und jetzt rausgehen möchte und Elsa kurz davor ist, den Kral an sich zu reißen. So, als erstes lassen wir es erstmal ganz normal weiterlaufen. Wir lassen sie den Kral nehmen und in in die Bodenspalte stürzen. It can be always you hurt the night. It cannot pass beyond the sea. Bla bla bla. No, I don't believe it. I won't lose it now. Zack, 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 zack. Yadda, yadda, yadda. Elsa. Sie fällt und sie fällt. Sie ist gefallen. Nice going, Elsa. So, und jetzt können wir mit dem Look-Befehl in die Spalte reinschauen. Und da sehen wir den Kral. Und den können wir jetzt mit der mit der Peitsche an uns nehmen. Und natürlich dürfen wir den Kral nicht mitnehmen, sondern wir müssen ihn dem Ritter übergeben, damit wir hier sicher rauskommen. I give you my thanks. I see you indeed have the heart of a true knight. But now you must go. I fear I have a herculean task yet before me. Now where was that brew? Ja, er muss jetzt erstmal aufräumen hier. That was a just noble thing you did, Junior. Don't call me Junior. What is all this Junior talk? That's his name. Henry Jones Junior. I like Indiana. I like Indiana. We named the dog Indiana. We named you Henry Junior. So ist es. So ist es. Jetzt reden sie wieder über ihren Namen. Let's go home. That's his scrolls diary. Henry. Yeah. Ja. Markus geht erstmal in die falsche Richtung. Das wird er auch gleich tun, wenn wir das andere Ende spielen, dass das noch folgt. That's not right. Und das ist es gewesen. Oh, ich kriege sogar ein Great für meinen Punktestand. Das denke ich mal, das können wir vielleicht sogar noch übertreffen, wenn wir jetzt in diesem, an dem Punkt hier mit der, mit dem Pickup-Befehl einfach nur den Grail nehmen und direkt dem Ritter geben. Zack. Dann können wir nämlich Elsa retten. I give you my thanks. I see you indeed have the heart of a true knight. Ja, wie eben auch. You should have seen the wreck this place was in after the last guys left. Ja, wahrscheinlich. We could have taken the Grail from this place. It could have been hours in die Don't bet on it. That was just a noble thing you did, Junior. Ja, wissen wir alles schon. Selbes Gespräch, aber das ist jetzt interessant, will ich. Ich will wissen, ob ich jetzt noch einen besseren Score bekomme. Ja, genau. Er rennt wieder nach vorne. Ich weiß gar nicht, welche Rolle Marcus denn überhaupt wirklich spielt in der ganzen Serie, weil der ist einfach nur ein Nebencharakter, mit dem man redet, aber der nicht großartig irgendwelche Leistungen erbringt, so wirklich. Nein, selbe Punktzahl, auch 538. Also hat es überhaupt nichts zu sagen, ob man Elsa rettet oder nicht. Das macht überhaupt nichts an der Punktzahl am Ende aus. Ja, davon kann man jetzt halten, was man will. Egal. Ja, das war es eigentlich schon. Mehr wollte ich gar nicht zeigen. Macht's gut, Leute. Bitte.